Also dann kann es auch schon weiter gehen hier bei Spyro in Richtung Götzenbach. Und zu dem Thema bin ich letztens gar nicht gekommen in der letzten Folge. Dieses Dreierpaket was im Playstation Network dabei ist, das sind ja die drei Teile Spyro 1, 2, 3. Die sind allerdings in der US-Fassung, also es wird die NTSC-Fassung simuliert, weil die nämlich irgendwelche Schwierigkeiten hatten, glaube ich, in Sachen Gameplay. Das hingegen ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, weil nämlich man dann leider keine europäischen Sprachen auswählen kann, sondern man hat wirklich bloß Englisch. Hm, wenn es halt nichts ausmacht, dann ja. Man schlussendurch kann man ganz unterschiedlich die Emonate fassen. Spyro, die Götzenköpfe, die wir schnitzen, sind lebendig. Sie haben uns aus unseren Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Äh, ja. Würde ich mal sagen, Vorarbeiter Bob, da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Äh, hä 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 hä. Holz zum Leben zu erwecken. Allerdings hättet ihr euch vorher mal überlegen sollen, äh, ob die denn freundlich sind und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hm, Holz ist Holz, deswegen verkokele ich die doch einfach. Hm. Gut zu wissen, dass der schon mal die Tür aufgemacht hat für uns. So, was schwimmt hier alles so rum? Fisch. Sehen auch wieder mal nicht so helle aus. Das kennt man ja von den Fischen. Wenn man denen mal so in die Augen guckt. So, und jetzt noch. Noch so eins von diesen Schmetterlingsinhabern. Ha. Ja blöd, wir haben noch keinen Schwimmskill, das heißt. So oder so, werden wir da später noch formal vorbeikommen müssen. Die Arbeiter können die Schlösser knacken, wenn sie zu den Türen kommen. Okidoki, hab ich grad schon festgestellt. Nur frage ich mich, wieso die Waps verschlossen sind. Wann ist das da oben? Sieht verdächtig aus, da muss ich sofort mal hochgehen. Wie heißt du, Waps? Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich merke, sie sind sehr helle. Sich selbst mit dem Hammer zu hauen, erfordert sehr viel Skill. So, und diese Holz-Kollegen mit ihren Schaschlik-Spießen und ihren Spiegelschilden. Boing. Ja, war klar. Gegen so eine Masse-Impakt haben die dann doch nichts entgegenzusetzen. Und unseren Wurst-Dikus hier facke ich einfach ab. Wenn's kein Schild hat, dann so Sachen wie das hier sind ja doch feuerfest. Aber eben nicht gewappnet gegen einen Kopfnuss von einem Drachen. Auch nicht schlecht. Die haben das genauso ausgezeichnet, dass man manche Feuer und für manche Kopfnüsse braucht. So, was sagt Fünkchen uns? Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar gegen deinen Feuerstrahl. Wenn du die Quadrat-Taste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Umstoßen besiegen. Ist ja freundlich umschrieben. Horn-Attacke. Das sind schon so Arbeiter hier. Aber wenn die hier so viele Götzen schnitzen. Aber wie liefert die die überhaupt? Ich hätte ja auch voll Bock auf so einen Schaschlik. Darf ich mal ein bisschen angucken? Leider wird's nicht heiß. Schade. Der hat einen Marshmallow. Ist ja interessant, was die alles hier für Lebensmittel an sich gerissen haben. So, wieder schön gefickt. Wie sein Hausmeisterdrache. Der hat die Tür auch aufgemacht. Und ich näher mich Schritt für Schritt. Was auch immer da oben ist. Noch mehr geht's denn da, ne? Na? Jetzt ist er von mir auf mich fixiert. Aber zustechen will er auch nicht. Jetzt hat er sich mal getraut. Jetzt kann ich das auch mal hier so zeigen. Sparks hat ein bisschen was von seinem goldenen Glanz verloren. Und, naja, was soll das heißen? Wir haben ein bisschen Kapi verloren. Aber aufgrund der Tatsache, dass überall diese Schmetterlinge auch rum schwirren oder zumindest die Gegner wo es ausspucken, können wir das noch relativ gut wegstecken. Um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen, drückt die L2 oder R2-Taste. Aha. Diese Sache habe ich bereits die ganze Zeit gemacht. L1 und R1 sind allerdings auch dieselben. Also dieselbe Funktion meine ich jetzt damit. Und wenn ich was lieber drücke außer L2 ist es L1. eigentlich voll der unnütze Effekt, aber trotzdem. So, was sehe ich hier? Puzzlespiel. Mondstern, ein Achteck Rautending, Mond und Dreieck und eine andere Konstellation. Der Wurstikus ist weg und der kann jetzt hoffentlich näher mich langsam aber sicher glaube ich irgendwelchen kritischen Punkten. So, Vorarbeiter. Spyro, du bist ganz schön hart. Wenn du jemals einen festen Job brauchst, haben wir hier einen Platz für dich. Nimm jetzt erstmal diesen Talisman. Den Talisman, den nehme ich doch gleich mal an mich. schön und stecke ihn mir wieder in mein Buch. Das ist anscheinend so ein richtig dickes Buch, da wo man die ganzen Sachen reinpacken kann. So ein Sammelbuch sozusagen. Und solange ich es noch kann, reiht sich doch mal hier diese ganze Umgebung aus. Im Götzenbach. Ah. Das was da unten ist sieht doch mal nach etwas Größerem aus. Aber eins nach dem anderen. Erst mal gucken, was hier noch so viele Edelsteinchen da sind. in der Hinsicht bin ich auch so ein Geldsack. Aber andererseits, wenn sich jemand so unsinnig rumliegen lässt, die ganzen Edelsteine, wieso soll ich mich da nicht bedienen? Also Herausforderungen gibt es im Moment echt nicht viel. Sind halt noch die Anfangslevel. wohl, dass es hier nirgendwo mal so ein Schaf oder sonst was ist. Aber ich nur wieder ein Schmetterling abgreifen kann. Hm. Eine Rakete. Wenn eine Rakete eins braucht, dann ist es meistens erstmal ein Entzünder. Feuerfrei! Ganz schön waghreisige Flugbahn. Hm. Ich würde mir fast vermuten, da haben sich noch ein paar mehr von den Edelsteinen abgesplittert. Nur können wir die auch noch nicht holen, wenn sie ins Wasser gefallen sind. Aha. Nicht runterfallen. Ich möchte nämlich jetzt eigentlich nicht den ganzen Weg hier nochmal latschen, sondern direkt darüber gehen zu dieser einen interessanten Stelle, die... nicht hier war. Mist. Na gut, dann habe ich mir wenigstens noch einen vollaufgeladenen Spark. Mit extra Leben. Dachte ich mir gar nicht, dass das so ein extra Leben-Schmetterling ist. Umso besser. Trotzdem muss ich jetzt mit Vollgas hoch. Also, äußerst praktisch ist das ja schon. Man muss bloß immer aufpassen, wo man dagegen donnert. ein bisschen langsamer wieder angehen lassen. gerade bei diesen ganzen Sprungpassagen bringt es ja nichts, wenn man dann abstürzt. So ist es doch schon viel besser. Und was ist jetzt mit dem da? Alleine die Tatsache, dass hier schon wieder irgendeine magische Fähigkeit hier ist, ist ja schon mal nicht schlecht. Und dadurch, dass es nicht die Flügel sind, muss es irgendwas anderes Besonderes sein. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, ist es ein bisschen Turbo. Jawohl, uhr. Kreasser Turbo vor allem. Sonic wäre stolz auf Spyro. Ich muss alle umdocken. Ha, na also. Öh, was geht ab? Ist das ein Kessel? Beten die diesen Kessel an? Und warum? Sieh dir das an. Hula-Mädchen. Der Regentanz der Hula-Mädchen hat den Götzen wie eine Kerze ausgepustet. Ausgepustet? Nun kann ich Tänzerin werden, wie ich es mir erträumt habe. Nimm diese Kugel. Sie könnte dir helfen, weiterzukommen. Das ist jetzt eine Menge Nonsens auf einmal, wie ich finde. Den Regentanz mit dem Blitz lasse ich mir ja noch eingehen, aber die Kerze wurde nicht ausgepustet, also wie eine Kerze ausgepustet, sondern er wurde vom Blitz erschlagen und deswegen eine Tänzerin zu werden ist vielleicht nicht unbedingt die beste Voraussetzung oder eine Präferenz, wo man die Bewerbung schreiben soll. Sie bewerben sich als Tänzerin. Wieso? Nun, ich habe einen Götzen mit dem Blitz erschlagen. Sie sind eingestellt. So, wieder so ein Mercedes-Stern. Sieht so ein bisschen wie ein Mercedes-Stern aus. Turbo. Hula hopp. Solange die mir selbst nicht den Blitz draufschicken, ist alles in Ordnung. Na, sonst ist hier nichts. Aber der Turbo ist gut. Leider kann ich ihn nicht gut nehmen. Sobald ich aneck, ist es aus mit dem Turbo. Talisman habe ich schon abgegriffen. Also rein technisch bin ich ja schon fertig mit dem Devil. Aber natürlich, wie es so üblich ist, gibt es natürlich noch ein bisschen mehr von dem anderen Sammelzeug. Also ein bisschen was vom Urlaub hat er ja. Er kann wenigstens mal herschwimmen. Es ist zwar leider kein Strand und es ist wahrscheinlich auch nicht warm, aber trotzdem. Ich würde versuchen, irgendwas ausfindig zu machen, was man von hier oben irgendwie ansteuern könnte, aber ist nichts. Das ist schade. Ich würde sagen, abgeschlossen. Nichts wie weg hier. Wobei ich immer noch nicht weiß, was das hier eigentlich sein soll. Hier im Puzzle. Vielleicht wird es aber auch später erst interessant. Und weg hier. Wieder durch diese Tore. Oh. Scheinbar habe ich nicht alle umgefetzt. Warum jemanden umfetzen, der Wodok sowieso friedlich ist und ein Würstchen rennen will? Und die Moral von der Geschichte? Nicht immer alles zu Kleinholz verarbeiten oder verbrennen. Aber jetzt. Jetzt habe ich genug, um tauchen zu können. Hey, Spyro. Möchtest du unter Wasser schwimmen können? Ich könnte es dir für ein ähm kleines Entgelt beibringen. Die Frage ist, wie der mir das beibringen will, wenn er selbst nicht ins Wasser steigt. Weil so wie der aussieht, wird der nicht ins Wasser steigen und mir das zeigen, sondern durch Hand auflegen. Einfach mal beibringen. Toll. Okay. Wenn du ins Wasser springst, kannst du dich mit den Richtungstasten an der Oberfläche bewegen. Mit der Quadrat-Taste tauchst du unter. Wenn du unter Wasser bist, drück X zum Paddeln und die Quadrat-Taste zum Angreifen. Okay. Also in etwa habe ich das verstanden. Aha. Schön unter Wasser-Action. Und vor allem, das liebe ich ja eigentlich, unter Wasser schön klar. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man hier so tauchen kann. Und das Wasser ist so unglaublich rein und klar. Richtig perfekt. Und Sparks hat auch eine ganz praktische Tauchblase. ganz wie es Rayleigh machen würde. Ba-ba-ba-bubble. Wir haben auch glücklicherweise wieder unendlich Luft. Also gerade irgendwie damals zu dieser Zeit haben die nicht ganz so oft wirklich Lust gehabt, irgendwie was speziell luftigusmäßiges unter Wasser zu machen. Aber was soll's. Wer unbedingt tauchen will, der kann ja selbst die Luft anhalten beim Tauchen. Und jetzt wo ich das mit den Tauchen kann, könnte ich mir doch mal noch ganz schnell, ganz schnell das holen. Automatik-Speicherung. Spyro, die Götzenköpfe, die wir schnitzen, sind lebendig. Sie haben uns aus unseren Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Wieder machen die schon wieder Bock, Mist. Mist, muss ich mir schon wieder nach oben kämen. Egal. Hauptsächlich kann man jetzt erstmal eine Menge von jedem Zeugs hier aneignen. Und gegen jeden Wasserwiderstand hat Spyro auch unter Wasser. Mächtig viel Dampf unter dem Hintern wenn er seine Warnattacke macht. Gleiches gilt natürlich auch für Sparkle. Da hängt der EV-Magnet immer an uns dran. Fragen wir, wieviel der Typ das nächste Mal will für die nächste Sache bei uns beibringt öffnen oder sonst was machen. Dieser Geldsack ist echt ein Übel. Übler Kerl. Übel aber nur im Sinne von jetzt wagt uns viel Geld ab. Sehr interessant. Wo bin ich denn jetzt aus rausgekommen? um die Glöcke gelb zu machen? ich habe jetzt ganz ganz blöde Gedanken. Die erste Aufgabe ist alle Blöcke gelb zu machen. ja, also achso so und nicht anders da. na gut so ein easy peasy rätsel sage ich jetzt einfach mal. ups halt ich mache es lieber so und wieviel habe ich? die macht die beiden hier, oder? richtig. also muss ich das ganze noch mal ein bisschen anders da managen. klick klick Moment, wie geht das jetzt am besten? Ich bin ein Fan vom Ausprobieren. Ich will jetzt gerade nicht kurz nachdenken. Ja, toll. Ah, ich verziehe das Problem bloß. Das ist natürlich nicht so das, was ich möchte. Ich muss ja einen mehr kriegen. Eine mehr kriege ich. So, genau. Klingeling. Wow Spyro. Du hast es geschafft. Ich meine, ich wusste, dass du es kannst. Komm jetzt zum Teich zum nächsten Test. Aber selbst so probieren wollte er wieder mal nicht. Faulen Säcke. Teich, sagst du? Wow Spyro. Aha. Finkchen blitzen sie mal einen da rein. Zucken tut er zum Glück nicht. Also ist es auch nicht zu elektrisch, was die da machen. Und hopp. Raus gehechtet aus dem Wasser. Stylisch. Ein Marshmallow hätte ich gerne mitgenommen. So, hier ist der Teich aus der Bahn. Das ist doch irgendwas. Gib mal ein bisschen Gas. Zum Teich. Ich habe jetzt eigentlich keinen gesehen. Oder wo meinte er, dass ich hin soll? Meinte er, dass ich hier was machen soll? Dieser Götze sagt, dass er Hunger hat und nicht er Ruhe gibt, bis er 10 Fische gefressen hat. Er hat einen empfindlichen Magen. Pass auf, was für Fische du ihm gibst. Äh, ja. Fische abfackeln, um Götzen zu füttern. Götze ist Wähler. Götze ist die Hölle. Das wird mal vermuten. Hm. Was macht denn hier für Fische? Gelbe? Gelbe finde in Ordnung. Oh. Der roter. Da kommt noch ein roter. Also der rote. Soll ich vielleicht mal austesten, ob der roter auch in Ordnung ist. Ah, rot mag er nicht. Dann kotzt er die anderen wieder aus. Ist blau in Ordnung? Blau ist auch in Ordnung. Okay, gut. Gut zu wissen. Mist, hängen geblieben. Mist, auch noch hängen geblieben. Oh. Okay. Kann ich meinen Kopf drehen? Kopf nach unten zu drehen, ist doch glaube ich ganz praktisch. Nein, du kommst nicht, du kommst nicht. Oh, du kommst nicht. Mal schauen. Ich brauche eine gute Position für sowas, um gleichzeitig die Fische zu sehen. Ja, so ist gut. Ja. Da kann ich mich nicht beschweren, da habe ich genug Reaktionszeit für sowas. Mhm, mhm. Und Spider... Oh, glücklich ist er eng. Und Spider guckt doch richtig schön hinterher, was da alles kommt und was nicht. Komm an. Gelbe Fische, kommt. Nicht der Rote da unten. Geh weg. Nein, geh weg. Er ist wählerisch. Er ist bloß gelb und blau. Aber die Farbe kann doch eigentlich nicht so viel am Geschmack ändern. Das Auge ist mit. Scheint bei dem wohl wirklich sehr prägnant zu sein. Dämlicher Kürzenkopf. Der ist auch übrigens ganz schön statistisch. Frisst hier die lebenden Fische einfach. So, einer noch. Oh, zu fett. Neuer Versuch. Und ja. Okay, Spyro. Okay. Nur noch eine Aufgabe. Ich warte auf dich bei den bunten Steinen für deinen letzten Test. Ja, dachte ich mir schon, dass das dann auch noch ist. Stimmt, dürfen wir jetzt so richtig klassisch Kinderspielzeug mäßig die irgendwie verbinden. So vermute ich das jetzt mal. Wissen tue ich es nicht. Macht die Tür auf. Lasst mich nicht warten. Los. Komm an, komm an. Wenn du in der richtigen Reihenfolge auf die Steine springst, löst du die Aufgabe. Ich kenne nur den ersten. Den Rest musst du herausfinden. Ja, ich glaube, ich habe auch schon eine ungefähre Ahnung, was er damit meint. Stern zu Quadrat. Also sehr wahrscheinlich, will ich jetzt vermuten, ist der Stern das nächste, wo ich drauf da... Danach ein Achteck, weil ich das aktiviert habe. Hm. Oder? Vermute jetzt einfach mal. Dann wäre es eine... Hm. Orange war es auch orange. Mond wegen Mond. Und Dreieck wegen Dreieck. Hm. War richtig. Einfach bloß irgendeine Gemeinsamkeit suchen. Gut Arbeit, Spyro. Du bist ganz schön clever für einen Drachen. Soll das heißen? Hey. Wirst du ja Drachen irgendwie einen Rieder machen? Werkzeugkasten gefunden habe. Aha. Wenigstens die Kugel. Aber dieses Statement schon wieder. Der soll lieber aufpassen. Von Leuten, die sich selbst mit den Hammer hauen. Ist das schon ein sehr gewagtes Statement. Und dann nochmal hoch. Ich... Oh ja. Da drüben noch. Oh. Und dafür wiederum brauche ich jetzt ganz, 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 ganz... ...viele Geschwindigkeit, um da schnell zweimal zu schaffen. Backtracking. Mal etwas anders, der. Ich muss hoch. Rübergleiten. Und dann nochmal hoch. Ich kann es leider nicht abkürzen. Bin ich eigentlich hier oben schon gewesen? Ja doch. Das war ja der... ...magische Fluss. Der will wiederum zurückführen. Hier ist, was ich eigentlich möchte. Ui. Gut, dass wir gleiten. Der ist auch wieder da. Aber ich habe jetzt kein Interesse, ihm nochmal eine reinzusammeln. Wenn die nicht miteinander auskommen. Mhm, mhm, mhm. Gehe ich jetzt richtig? Ja. Wie längst du noch? Oh nein. Wo bin ich jetzt? Da war der Schwebeflug nicht mehr ganz so schwebig. Da muss ich echt aufpassen. Immer nach vorne drücken beim Gleiten. Sonst ist der Gleiter selbst wie man es gerade gesehen hat. Wie man es gerade gesehen hat, etwas nutzlos. Mal nur mit dem Flügel schlagen. Ja. Äh. Ein bisschen was kann er ja schon an Höhe gewinnen. Mit der Technik. Aber er muss ja auch mit etwas Schwung einsetzen. So, darüber noch. Oh. Okay, Mist. Das ist auch eins von diesen Sachen, die wo... Gerade wenn man Darkseid spielt. Ähm. Ein echtes Verhältnis werden können. Man möchte einfach mit Vollgas durchpreschen. Aber ist natürlich nicht. Weil sobald man sich einen Fehler erlaubt... ...hat dieser Fehler doch etwas härtere Konsequenzen. Sprung, Sprung, Kleidung. So. Ein bisschen eckig ist es ja zum Steuern. Man sieht es ja, wenn man Spyro drehen möchte. Obwohl. Da merkt man es eigentlich noch nicht so wirklich. Aber ein klein wenig kantig bewegt es sich trotzdem. jetzt ganz vorsichtig und gelassen darüber gleiten damit ich das hier abschließen kann und das ist natürlich jetzt wichtig richtig darüber gleiten getzenbach geschafft cool dass mir auch eingeblendet wird dass ich alles habe alle diamanten den talisman und auch die kugeln die auch noch mal rausfinden was die wollen wirklich bloß zum tür öffnen ja ich werde sehen schön die sonne die im hintergrund aber jedes mal frage ich mich wie man da überhaupt die orientierung behält wenn man hier so im nichts rum gleitet was sagt mein timer timer sagt ich glaube dass es ungefähr passt wieder naja ich habe ein level ganz abgeschlossen von daher hier im wasser war ich jetzt auch schon nichts mehr zu holen negativ warum dann nicht eine ganz kleine schöne pause hier am schönen wasser machen dem fischen beim koffen zuzuschauen und ein klein wenig was vor dem abgezwackten den urlaub in form von diesen kleinen sie hier das ist ein kleines teich hier genießen weiter wird es gefallen das war ja lange räder kurzer sinn macht es gut und wir sehen uns vielleicht in folge nummer drei bis runter bis Doncs bis auch bis bis bis